Da müssen wir jetzt wieder umsteigen, weil unser Zug, wo wir eingestiegen sind, hat eine technische Störung. Deswegen müssen wir jetzt mal in einen anderen Zug rein. Es wird gerade wieder bereitgestellt. Ich stelle ihn gerade bereit, dass wir hier jetzt nicht mitfahren können. Das ist total lächerlich. Wir steigen in den Zug ein, da kommt eine Durchsage von wegen technischen Störungen am Triebwerk, am Triebwerk hat sie gesagt, ne? Das kommt zu spät. Ja, ja, das ist so lächerlich. Jetzt dürfen wir hier runter, wo der Zug gerade hingefahren. Mit dem Steig fahren wir jetzt gleich mit. Halt die Klappe, aber ich stelle ihn überreit, man hat die Fresse. Meine Fresse. Das ist DB, Leute. Das ist wirklich DB. Deutsche Bahn, die hilft dir komplett. Das geht mir so auf die Eier. So, hier haben wir den Zug. Seht ihr schon, Leute? Hier? Da ist der Zug, mit dem wir jetzt fahren müssen. Der andere ist da vorne rum. Wer ist denn jetzt? Der andere hat nach Arzt gestunken aufhalten. Doch mal an, du Scheißer. Ey, soll ich den Cockpit einsteigen, du Rentvieh? Oh, ich kriege einen Anfall, Leute. Da hätten wir... Oh, wow. Hättest du auch hinten bleiben können? Ey, ist kaputt. Jetzt hast du geplatzt, ne? Aber ja, ich sehen wir uns. So, wie gesagt, Leute. Wüsst ihr Bescheid? Hier haben wir Feierabend. Ich sage jetzt den Zug ein. Achtsum, was kommt. Und dann werden wir sehen, Leute, schon.